Akku, der führende Anbieter von Corporate Währ für Beruf, Freizeit und Sport. Motor TV 22 Bauer bei MySport MyStory, der Hockenheimring. Die Turnwagenlegenden mit einem Opel Calibra, Patrick Stein, dein gelber Flitzer. Erzähl einmal was von deinem. Ja, den haben wir vor zwei Jahren gekauft. Es war eigentlich so eine Sonntagsspontanentscheidung. Wir haben dann herausgefunden, dass es ein original DTC Auto ist, von 1995 gebaut und 1999 und 2000 von Aigner Racing in Berlin eingesetzt in der DTC. Unter anderem ist Dennis Rostecke auf dem Auto gefahren. Den kennt man vielleicht als Manager von Calvin und Sheldon van der Linde, René Rast. Wir sind immer noch dran am Arbeiten, ob er eventuell doch mal uns auch beehrt mit seiner Anwesenheit, dass er vielleicht auch mal auf dem Auto fährt, aber er ist ja super beschäftigt. Von daher, vielleicht funktioniert es irgendwann mal. Man muss ja nächste Woche bei der DTM hier fragen. Ja, dann sind wir ja nicht da. Wir bereiten uns dann schon auf das Nürburgringrennen in glaube zwei oder drei Wochen vor unserer Saisonfinale und hoffen, dass wir da dann nicht das typische Eifelwetter finden, sondern dass wir ein paar gute Runden fahren können. Wie ist es hier gelaufen heuer in der Saison? Wir hatten einige Probleme. Wir haben vor der Saison auf Trockensumpf umgebaut und da haben wir noch so ein bisschen Probleme mit, wo das Öl alles so hingeht. Aber jetzt mittlerweile haben wir, glaube ich, die Leistung, die wir uns erhofft haben. Jetzt liegt es wahrscheinlich nur noch am Fahrer, dass wir das Auto wirklich so schnell dann halt machen, dass es funktioniert. Heute Morgen war gut. Ich habe das Auto auf P14 von 25 im Training stellen können, was für uns sehr, sehr gut ist. Von daher sind wir sehr zufrieden und sind mal gespannt, was das Qualifying nachher bringt. Und wie viel PS hat er dann? Wir gehen von etwa 260 PS aus. Als Fronttriebler und ein kleiner 2 Liter Motor merkt man dann halt schon, je nachdem wie früh man aufs Gas geht aus der Kurve raus, dass er dann schon Probleme mit dem Wheelspin bekommt. Von daher ist es genau richtig so. Und ich bin ja auch noch ein Anfänger. Von daher ist das Auto genau richtig für mich, mich mal so langsam da dran tasten. Die Turnwagenlegenden hier am Hockheimring und über das ganze Jahr diese Plattform. Wie gefällt euch die? Ja, ich bin seit zwei oder drei Jahren jetzt bei dieser Turnwagenlegenden-Familie dabei und es ist wirklich eine Familie. Und jeder kennt sich, man freundet sich miteinander an. Ich hatte jetzt auch das Vergnügen, dass ich mit meinem Kollegen Klaus Peter diese Charity ins Leben rufen konnte, die Legends for Good, wo wir also neben dem motorsportlichen Vergnügen halt auch noch für bedürftige Zwecke sammeln. Und die Spendenbereitschaft hier in dieser Familie, die ist einfach überwältigend und ist halt etwas, was auch zeigt, dass die Leute hier das Herz am richtigen Fleck haben. Wenn da jemand was spenden möchte, wo kann er sich da hinwenden? Der kann sich im Prinzip bei Klaus Peter und Patrick Stein melden. Das sind die, die normalerweise mit blauen Legends for Good Jacken rumlaufen oder bei meiner Frau Jackie und dem Stefan Küppers. Wir sind vier Leute und Informationen sind auch im Gemeinschaftszelt von den Turnwagenlegenden zu finden. Also sehr interessant. Wenn jemand die Möglichkeit hat, etwas zu spenden, bitte gerne hier. Und Patrick, wir wünschen dir jetzt ein tolles Qualifying und für morgen einen tollen Startplatz. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Dieser Bericht wurde Ihnen von Hacro Held seit 1969 präsentiert.